Der Feldmarschall war im 16. Jahrhundert der Führer der Reiterei. Im Dreißigjährigen Krieg war der Feldmarschall ein höherer Generalsrang. Seit dem Ende des 17. Jahrhunderts wurde die Bezeichnung Feldmarschall als höchster militärischer Dienstgrad in vielen europäischen Armeen verwendet. Einen Generalfeldmarschall gab es lediglich als Reichsgeneralfeldmarschall bis zur Auflösung des Heiligen Römischen Reiches sowie in Preußen und seit 1871 Im gesamten Deutschen Reich Feldmarschall in Deutschland Mittelalter bis 16. Aus dem ursprünglichen Hofamt eines Stallmeisters entwickelte sich im Mittelalter die Position des Oberbefehlshabers der Reiterei. Im 16. Jahrhundert war der Feldmarschall normalerweise der Befehlshaber der Kavallerie und der stellvertretende Oberbefehlshaber mit richterlichen Vollmachten. Im Heiligen Römischen Reich konnte ein Reichsgeneralfeldmarschall nur vom Kaiser und den Reichsständen im Reichstag gemeinsam ernannt werden. Entsprechend musste der Ernannte vor dem Kaiser und dem Reichstag seinen Eid ablegen. 18. Seit dem 18. Jahrhundert ist der Feldmarschall der höchste Generalsdienstgrad. Der Marschall starb eingeführt in Deutschland im 19. Jahrhundert mit den Hoheitszeichen des Landesherren geschmückt und nur von diesem verliehen oder übersandt, machte den Marschall zum Teilhaber an der Macht des Landesherren. Der Generalfeldmarschall war in der preußischen Armee ein Dienstgrad, der an Offiziere in der Regel nur für herausragende militärische Erfolge verliehen werden konnte. 1. Generalfeldmarschall konnte werden, wer einen Feldzug erfolgreich führte, eine Festung erstürmte oder eine bedeutende Schlacht gewann. In Friedenszeiten wurde er aber auch ehrenhalber an Fürsten befreundeter Staaten oder als Charakter an verdiente Generale zur Versetzung in den Ruhestand vergeben. 2. Mitglieder des Königshauses wurden traditionellerweise nicht zum Generalfeldmarschall befördert. 1854 wurde der Rang des Generalobersten geschaffen, um Prinz Wilhelm befördern zu können, ohne gegen diese Regel zu verstoßen. In der preußischen Armee, ebenso in der Wehrmacht, hatte ein Generalfeldmarschall Anspruch auf bestimmte Privilegien. Ein Feldmarschall schied nicht aus dem aktiven Dienst aus und wurde bis zum Tod als aktiver Soldat geführt und geehrt. In Preußen waren außerdem alle Feldmarschalle Mitglieder des preußischen Staatsrates. Mit Kronprinz Friedrich Wilhelm und Prinz Friedrich Karl wurden 1870 zum ersten Mal in der Geschichte preußische Prinzen zur Feldmarschallin ernannt. In der Reichswehr gab es nach der Verordnung des Reichspräsidenten über das Rang und vorgesetzten Verhältnis der Soldaten des Reichsheeres vom 10. Dezember 1920 als ranghöchste Generalsdienst Die Dienstgrade zunächst nur die Generalmajorer, Generalleutnanten sowie die Generale der Infanterie, Kavallerie und Artillerie. Erst in der neuerlichen Verordnung vom 13. November 1926 wurden die Dienstgrade des Generalobersten sowie des Generalfeldmarschall wieder eingeführt. Zu Zeiten der Reichswehr wurde allerdings kein Offizier zum Generalfeldmarschall befördert, da der Dienstgrad traditionell für Kriegszeiten vorbehalten war. Alle damals noch lebenden Generalfeldmarschalle der königlich-preußischen Armee und der königlich-bayerischen Armee wurden weder in den Ranglisten, noch Dienstalterslisten der Reichswehr geführt. Hindenburg wurde namentlich nur als Chef der Reichswehr verzeichnet. Drittes Reich 1936 wurde in der Wehrmacht mit der Beförderung des Reichskriegsministers Generaloberst Werner von Blomberg der Dienstgrad, Generalfeldmarschall wieder eingeführt. Im Zug der Blomberg-Fritsch-Krise im Januar 1938 wurde Blomberg von Hermann Göring zum Rücktritt genötigt, offenbar in der Hoffnung, dessen Nachfolger als Oberbefehlshaber der Wehrmacht werden zu können. Hitler entließ Blomberg zwar entschloss sich aber, den Oberbefehl über die Wehrmacht selbst zu übernehmen. Er beförderte am 4. Februar 1938 Göring zum Generalfeldmarschall. Göring war zunächst der einzige Träger dieses Dienstgrades und somit ranghöchster Offizier der Wehrmacht. Während des Zweiten Weltkrieges ernannte Hitler nach Ende des Westfeldzuges am 19. Juli 1940 neun Generäle des Heeres und drei der Luftwaffe zum Generalfeldmarschall. Die Inhaber dieses Ranges hatten das Recht auf einen direkten Vortrag beim Führer, für Göring, der seine Position des ranghöchsten Offiziers nicht durch die Ernennungen einbüssen sollte. Er schuf Hitler als nunmehr höchsten Offizierdienstgrad der Wehrmacht den Reichsmarschall. Im Jahr 1942 wurden drei weitere Generäle zu Generalfeldmarschallen erhoben. Erwin Rommel für den Angriff auf Tobruk Erich von Mannstein nach der Eroberung von Sevastopol sowie Georg von Küchler. In den letzten Tagen der Schlacht von Stalingrad ernannte Hitler Ende Januar 1943 Friedrich Paulus, den Oberkommandierenden der eingeschlossenen sechs Armee und anschließend dessen Vorgesetzten und zwei weitere Heeresgruppen Kommandeure der Ostfront zu Generalfeldmarschallen. Nachdem Paulus sich statt erwartungsgemäß kämpfend unterzugehen der Roten Armee ergeben hatte, kündigte Hitler an, im Heer keinen weiteren Generalfeldmarschall ernennen zu wollen. Dennoch folgte 1945 im Heer die Ernennung Ferdinand Schörners. Im April 1945 ernannte Hitler nach der Absetzung Görings Robert Ritter von Greim zum Generalfeldmarschall der Luftwaffe. Bei der Kriegsmarine entsprach der Großadmiral dem Generalfeldmarschall. In der Bundeswehr gibt es den Rang Generalfeldmarschall nicht. Die Nationale Volksarmee kannte in Anlehnung an die Sowjetarmee von 1982 bis 1989 den Dienstgrad des Marschalls der DDR, der aber nie verliehen wurde, Feldmarschall in anderen Ländern. Der Generalfeldmarschall war seit der Regierung Peters des Großen vom Jahr 1700 an der höchste militärische Rang in Russland bis zur Februarrevolution 1917. In der allgemeinen Rangtabelle entsprach er der 1. Klasse gleich dem Generaladmiral in der Marine, dem Kanzler und dem Geheimen Rat der 1. Klasse im Staatsdienst. Den Titel Generalfeldmarschall verliehen die Zaren als besonderen Ehrenerweis auch an Zivilisten wie die ehemaligen Reichskanzler Golovin, Trubitzkoy, Schuvalos, die dadurch ihre herausgehobene Stellung im Hof zeremoniell bewahren konnten, und ausländische hochverdiente Militärpersonen wie den Herzog von Wellington, Erzherzog Albrecht Radetzky, Ferdinand I., Zar der Bulgaren und den älteren Moltke. Das Land führte 1933 den Rang eines Feldmarschalls ein. Einziger Inhaber dieses Ranges war Karl Gustav Emil Mannerheim. 1942 wurde er zum Vieh, so Omen Marsalka SV, Marskalka SV findelnd erhoben. Das entspricht dem Reichsmarschall. Frankreich dem Feldmarschall entspricht der Marischall de France. Eine annähernd große Machtfülle besaß zur Zeit des Ancierregimes der Marischall-General des Camps der Armees Douroy zu Beförderungen in diesen Rang, kam es jedoch nur sporadisch. In der Vierten Republik wurden noch drei Marschalle ernannt. Seit dem Tod des letzten Marschalls von Frankreich Alphonsejou in 1967 kam es zu keiner Neubeförderungen mehr. Daneben existierte bis 1791 der Rang eines Marschalls de Camps. Dieser war lediglich Brigadekommandeur und dem Brigadier vorgesetzt. Beide Ränge verschwanden 1793 und gingen in den neuen Dienstgrad Brigade-General auf. Der Maistre de Camps bezeichnete dagegen einen Regimentskommandeur, insbesondere bei der Kavallerie. Ihm entsprach der Kolonnel, ein bloßer Unteroffiziersdienstgrad ist heute der Marschall des Logis bei motorisierten Einheiten und der Gendarmerie. Er ist ranggleich mit dem Surgeon. In Schweden wurde von 1561 bis 1824 der Feldmarschalltitel als höchster militärischer Rang 77 Mal verliehen. Dem Feldmarschall entspricht der Kapitan General General Kapitän. Zur Zeit hat als einziger der König diesen Rang inne. Während des Faschismus waren die Befehlshaber der Militärbezirke im Range eines Generalkapitäns, die neben militärischen auch politische und richterliche Funktionen ausübten. Im 17. und 18. Jahrhundert genossen die Generalkapitäne unumschränkte Vollmacht. Als Generalissimus konnte er aus eigener Initiative Schlachten und Belagerungen befehlen. Seit 1630 rangierte der Governador de las Amens y. Iliazito als ein Stellvertreter. Mit dem Feldmarschall nicht zu verwechseln ist der Maestro de Campo. Zwischen 1534 und 1704 kommandierte er als oberst die zeitgleich aufgestellten neuen Regimenter. Vorgesetzt war ihm seit 1540 der Maestro de Campo General damals der zweithöchste Armiedienstgrad. Mit dem Teniente de Maestro de Campo General als Stellvertreter. Dem Maestro de Campo nachgeordnet war der Sarcento Major. Gegen 1640 bildete der Sarcento General de Batal eine weitere Stufe direkt oberhalb des Maestro de Campo. 1924 wurde der Marschall von Italien als höchster Generalsrang eingeführt. Insgesamt wurden 13 Generale des Heeres und ein General der Luftwaffe zu Marschallen ernannt. Mit dem Ende des Königtums 1947 wurde der Rang abgeschafft. Ein italienischer Mareschelo ist ein Unteroffiziersdienstgrad. Der einzige aktive Marschall Rumäniens war Ion Antonescu. Den gleichnamigen Ehrentitel hatten neben den rumänischen Königen seit Ferdinand I. unter anderem Konstantin Presan und Alexandro Avereschku inne. Heute wird durch das Gesetz Nr. 80 vom 11. Juli 1995 die Ernennung betreffe des Standes der militärischen Kader dahingehend geregelt, das vorgesehen ist, den Rang eines Feldmarschalls bzw. eines Admirals nur für besondere Leistungen im Kriegsfall vergeben werden dürfen, und zwar nur vom Präsidenten Rumäniens. Der Rang Fieldmarschall wurde 1736 durch König Georg II. den ersten König aus dem Haus Hannover, in Großbritannien als Äquivalent zum auf dem Kontinent üblichen Feldmarschall mit der Ernennung von zwei Generalen eingeführt. Im 20. Jahrhundert ist der Chef des Generalstabes regelmäßig ein Feldmarschall. Außerdem wurden einzelne Mitglieder der königlichen Familie in diesen Rang erhoben. Bei der Royal Navy entspricht der Admiral of the Fleet dem Fieldmarschall, bei der Royal Air Force der Marschall of the Royal Air Force. Lediglich die Royal Marines haben keinen entsprechenden Rang. Der Rang ist mit bestimmten Privilegien verbunden, unter anderem wird ein Fieldmarschall nicht pensioniert. Siehe auch, siehe auch, nach dem Ende des Ersten Weltkrieges wurde John J. Pershing als einzigem der Rang eines General of the Armies of the United States verliehen. Er rangierte damit über den Vier-Sterne-Generalen der US-Armee, vergleichbar mit dem zeitgenössischen deutschen Generalfeldmarschall. 1944 wurde der General of the Army oder informell Fünf-Sterne-General als Äquivalent zum britischen Fieldmarschall und dem Marschall der Sowjetunion, geschaffen und entspricht dem Fleet Admiral in der US-Marine und dem General of the Air Air Force in der US-Luftwaffe. Insgesamt erhielten fünf Offiziere diesen Dienstgrad mit Omar N. Bradley verstarb 1981 der letzte Inhaber des Ranges. Seither wurde er nicht mehr verliehen.